Hallo Leute, heute ich vorstelle euch Großherzogtum Luxemburg. Luxemburg hat 626.100 Einwohner. Die Amtssprachen sind Französisch, Luxemburgisch und Deutsch. Die Bevölkerungsdichte ist von 242 Einwohner pro Quadratkilometer. Luxemburg ist eine parlamentarische Monarchie. Die Hauptstadt Luxemburgs ist Luxemburgstadt. Luxemburg hat 12 Kantonen. Die luxemburgische Politik ist wie die Politik des Grossbritannien. Das heißt, es gibt einen Premierminister bei Dubai, der Monarchen gibt an. Der Großherzog Luxemburgs ist Henri von Luxemburg oder Heinrich von Luxemburg. Seiner Premierminister ist Xavier Betel. Um in Luxemburg zu reisen, wir können nicht in das Land, aber nach der Welt fliegen. Es gibt einen Flughafen in Luxemburgstadt, die bei die Fluggesellschaft Luxemburgs herführt. Wir können auch die Autobahnen und die Bahnen nehmen. Die Bahnengesellschaft Luxemburgs ist die CFL. Das bedeutet auf Französisch La Société Nationale des Chemins Faires Luxembourgeois. Und auf Deutsch, Nationale Gesellschaft der Luxemburgischen Eisenbahn. Das Leitwort Luxemburg ist auf Luxemburgisch. Mir wähle, bleibe, mir sind. Das bedeutet auf Deutsch, wir wollen bleiben, wahr was wir sind. Der Nationalhymne heißt Hans Emecht. Das luxemburgische Wappen besteht aus einem Löwengulles. Mit einem gegalbten Schwanz, der in Saltiere, bewaffnet, gekrönt und mit Gold geschmückt, auf einem Bürolefeld aus Silber und Azurblau übergeben wird. Der Nationalhymne 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 Der Nationalhymne